Was war die Kommunistische Internationale? Dass Staaten sozusagen bedeutungslos sind für die Revolution, sondern dass die Proletarier aller Länder sich über Grenzen hinweg miteinander vereinigen können. Und solange die Idee der Weltrevolution noch im Spiel war, und das war sie ja bis 1923, 1924 zu Lenins Lebzeiten, solange war die Kommunistische Internationale ein Instrument, die Revolution in den verschiedenen Ländern zu forcieren. Und deshalb wurden die Kommunistische Internationale und die kommunistischen Parteien in den betreffenden Ländern als eine große Gefahr für die innere Ordnung wahrgenommen, weil man ganz zur rechten Auffassung war, dass diese Parteien von Moskau gesteuert wurden. Und für die Kommunistische Partei Deutschlands und für andere kommunistische Parteien galt das ja auch in den 20er Jahren, dass sie ihre Befehle aus Moskau erhielten und dass Moskau sozusagen die Kommunistische Weltrevolution mit ihrem eigenen staatlichen Interesse verbinden konnte. Sie konnten sozusagen die KPD benutzen und von der Weltrevolution sprechen. Auf der anderen Seite konnten sie aber auch ihre eigenen Interessen als sowjetischer Staat mit der Kommentaren verbinden. Und das ist einer der Gründe dafür, warum Stalin in den Jahren des Zweiten Weltkrieges die Kommentaren aufgelöst hat, um genau diese Gefahr auszuschalten und den Alliierten, den Briten und den Amerikanern zu signalisieren, wir haben kein Interesse daran, eure Staatlichkeit zu destabilisieren. Wir hören damit auf, wir machen das nicht mehr. Zugleich war es ein Eingeständnis, dass die Weltrevolution ausbleiben würde und das war glaube ich auch Stalins Credo, dass die Nationen wichtiger sind als die internationale proletarische Bewegung. Stalin hat nur noch mit Nationen operiert. Er wollte mit Führern von Nationen sprechen und nicht mit Kommunistenführern, die irgendwelche Bewegungen anführten. Das ist glaube ich der Kern der Sache. Vielen Dank.